Liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, es ist vollbracht, mehrere hundert Überflüge wieder hier im Süden von Wien. Und hier oben sehen wir noch einen bei der Arbeit. Ja, hoffentlich kriegt er Sonntagszuschläge für seine schwere und wichtige Leistung am großen Werk der Reduktion der Goyim. Aber großartig, also schaut sehr, sehr schön aus. Sie haben uns heute wieder viele Sonnenstrahlen gestohlen, viel Serotonin gestohlen, aber gleichzeitig haben sie auch die Luft gewürzt mit feinen Partikelchen. Und diejenigen, die halt spazieren gehen, kommen in den Genuss dieser wunderbaren chemischen Vergiftung. Hier sehen wir die Nummer 2. Oberhalb ist die Nummer 3, wahrscheinlich arbeitende mit zwei Komponenten. Und hier auf der rechten Seite haben wir die Nummer 4. Sie ist da hier oben. Ja, es ist das so gut gemacht, dass es schwer zu sehen ist. Haben sie clever gemacht. Also wenn da oberhalb welche fliehen, fliehen, dann können wir sie natürlich nicht sehen. Ja, und so geht halt auch dieser Tag zu Ende. Und niemand merkt es. Ende. Dann hab ich ungefähr die Urteid. Ich bin so klein. Ich bin so klein. Dann meif 활동 es.